hallo und willkommen auf aqua one heute soll es darum gehen wie man zu informationen und damit zu wissen kommt die informationsquelle nummer eins ist und bleibt für mich fachliteratur sei es bücher oder zeitschriften das ist für mich da geht für mich nichts drüber was informationen angeht gerade anfängern lege ich ans herz in erster linie fachliteratur zu benutzen um an informationen zu kommen dort wird man nicht verwirrt und von möchtegern experten verwirrt von anfängern scheinbar kaum beachtet gibt es auch sehr gute internetseiten zum beispiel aquaristik ohne geheimnisse wo auch über viele themen berichtet wird wie zum beispiel wasser wasserparameter und alles mögliche co2 das ist eine seite die ich jedem ans herz lege ist sehr gut die links zu den vorgestellten seiten hier findet ihr auch in der beschreibung die seite aquarium guide wird zu unrecht oft schlecht gemacht wenn man etwas über einen bestimmten fisch oder eine pflanze wissen will ist die seite für mich sehr gut geeignet nicht nur für mich sondern für alle anderen auch man kann dort auch vergleichen hier wird angegeben beckengröße haltung futter wo die fische herkommen mir gefällt die seite sehr gut und ich kann sie euch noch empfehlen die seite drta archiv ist gespickt mit fachwissen und extrem umfangreich diese seite kann euch für tage beschäftigen und wird euch sehr viel bringen auch youtube hat sich in den letzten jahren zu einer riesigen informationsquelle für aquaristik gemausert in der beschreibung verlinke ich euch einige sehenswerte kanäle und natürlich gilt auch die eigene erfahrung wenn man länger im hobby dabei ist dann lernt man immer mehr wenn man sich damit beschäftigt hat man zum beispiel einmal erfolgreich algen bekämpft dann weiß man das für die zukunft und kann es anderen weitergeben aber auch was zum beispiel fisch xy mag und was er nicht mag merkt man mit der zeit und kann das auch an andere weitergeben und so sein wissen teilen das soll es für heute gewesen sein mit einem relativ kleinen video ich hoffe es konnte dir ein bisschen weiterhelfen und hat dir gefallen wenn ja dann lass mir doch ein like da oder auch ein abo bis zum nächsten mal auf aqua one frage zwei mit wem würden sie lieber die nacht verbringen a ihrer frau oder b sie